Vor fünf Monaten trafen die Spielgemeinschaft Elbe, Kühnau und der BSV Magdeburg das letzte Mal aufeinander. Damals hatten die Dessau in der Landeshauptstadt knapp mit drei Toren verloren. Die Hoffnung auf ein ähnlich knappes Ergebnis entsprechen. Groß, vielleicht reicht es ja zum Punktgewinn oder gar zum Sieg. Und das Spiel begann nach Plan. Mit guter Abwehrarbeit legten die Hausherren den Grundstein für ihr schnelles Spiel nach vorn. Konzentrierte Abschlüsse brachten die JSPG in Führung. Ein Vorsprung, der ausgebaut werden konnte. Beim 7 zu 4 sogar auf drei Tore. Doch die Magdeburger stehen nicht ohne Grund seit dem dritten Spieltag mit nur einer Unterbrechung auf dem ersten Tabellenplatz. Elbe, Kühnau offenbarte Schwächen im Stellungsspiel der Hintermannschaft, was der BSV gnadenlos ausnutzte. Vor allem Sebastian Harnke war einfach nicht zu stoppen. Die Nummer 7 traf nach Belieben von scheinbar jeder Position. Am Ende standen 15 Treffer auf seinem Konto. Konnte die JSPG das Spiel im ersten Durchgang noch offen gestalten, ging im zweiten Abschnitt der Fahrten gänzlich verloren. Elbe, Kühnau kam nur noch durch Einzelaktionen zum Torerfolg Magdeburg hatte Harnke und einen treffsicheren Rückraum. Und dennoch blieben die Dessauer dran. Auch dank Wododiski und Goldmann, die aus dem Feld jeweils auf fünf Treffer kamen. Goldmann verwandelte zudem 3,7 Meter und war so bester Schütze seines Teams. Als die Hausherren in den Schlussminuten aufgrund von Zeitstrafen und einer roten Karte in doppelter Unterzahl spielen mussten, zogen die Landeshauptstädte auf 28 zu 33 davon. Der Jugendspielgemeinschaft blieb am Ende nur die Ergebniskosmetik. Elbe, Kühnau unterlag dem Tabellenführer mit 30 zu 34. In der Tabelle bleiben die Dessauer auf Platz 4 allerdings mit deutlichem Abstand zu den drei Top-Teams.